Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Es geht wieder los. Die US-Berichtssaison zum zweiten Quartal beginnt. Wie schauen die Erwartungen aus? Welche Branchen dürften besonders überzeugen und welche vielleicht nicht? Und dann gibt es wieder jede Menge neue Konjunkturdaten. Was heißt das für die Geldpolitik dies und jenseits des Atlantiks? Darüber sprechen wir in den Perspektiven to go. Wir, das sind Uli Stephan und ich von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die Berichtssaison für das erste Quartal, die lief ja wirklich extrem gut. Können die Unternehmen wohl auch mit den Zahlen für das zweite Quartal so überzeugen? Zumindest sind die Analystenerwartungen entsprechend hoch. In den USA reden wir über Erwartungen von um die 10%. Einige Unternehmen haben ja schon berichtet, obwohl die Berichtssaison erst offiziell diese Woche losgeht. Aber es gibt da schon immer so ein paar Unternehmen, die sozusagen im Vorfeld schon mal Berichte vorlegen. Also das ist alles ganz gut gestartet. Aber die Hürde liegt natürlich deutlich höher als in der Vergangenheit, auch in den Vereinigten Staaten. Es wird damit gerechnet, dass die Technologie diesmal ein bisschen weniger Gewinne einfahren könnte. Also beispielsweise die Magnificent Seven anstatt knapp 40 Prozent dann nur noch bei 30, nur noch in Anführungsstrichen bei 30 liegen könnte. Der Rest des Marktes aber etwas besser performen sollte also, dass sozusagen die Gewinnentwicklung im S&P 500 eine breitere Basis findet. Und wenn du da von diesen Prozentzahlen sprichst, dann ist ja immer gemeint, Plus oder Minus im Vergleich zu den Quartalszahlen von vor einem Jahr, richtig? Das ist völlig korrekt, genau. Das heißt, es ist nicht nur die Rezession ausgeblieben, vor der wir ja eigentlich im vergangenen Jahr relativ viel Angst hatten, als die Zinsen so stark gestiegen sind, sondern die Unternehmen geben sogar richtig Gas. Ja, es wirkt ein bisschen so. Also die volkswirtschaftlichen Daten aus den Vereinigten Staaten waren zuletzt etwas schlechter, muss man sagen. Die ISM-Stimmungsindikatoren haben sehr stark enttäuscht, vor allen Dingen bei den Dienstleistungen unter 50, also damit wieder im rezessiven Bereich. Das gleiche gilt auch für das verarbeitende Gewerbe, da ist es aber schon länger etwas schlechter. Also jetzt, wie gesagt, kamen die Dienstleistungen auch noch dazu. Auch der Arbeitsmarktbericht war nicht so gut, weil vor allen Dingen die neu geschaffenen Stellen der vergangenen Monate doch ein ganzes Stück nach unten revidiert worden sind, sodass der Drei-Monats-Durchschnitt der geschaffenen Stellen insgesamt von rund 250 auf 177.000 pro Monat zurückgegangen ist. Also durchaus gemischt. Aber wir haben ja schon eine Gewinnrezession im letzten Jahr bei den Unternehmen gesehen. Da sind die Gewinne nicht gut gelaufen. Man hat sich eben auf diese Situation eingestellt und deswegen erwarten die meisten Analysten doch bessere Gewinne. Aber Jessica, ich lese das hier sozusagen alles theoretisch und aus verschiedenen Analysen heraus. Du warst doch gerade auf dem Parkett. Wie war denn bei dir die Stimmung? Ja, ich war wirklich an der Wall Street auf dem Parkett zwei Tage, sogar habe Ring the Bell erlebt, bin auch so ein bisschen im Rausch, ehrlich gesagt. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Stimmung ist ziemlich gut, aber es ist natürlich auch viel über die Magnificent Seven gesprochen worden. Die hast du ja gerade auch schon angesprochen, die glorreichen Sieben, die größten börsennotierten Unternehmen. Und da ist wirklich schon so ein bisschen rauszuhören, hoffentlich patzt da keiner. Ja, dann könnte es ganz schön ruckeln. Wir haben ja da auch schon drüber gesprochen, dass sie so ein extremes Gewicht in den Indizes haben, dass sie im vergangenen Jahr für, ich glaube, 60 Prozent des Kursplus im S&P 500 verantwortlich waren. Und ich glaube, bei den Gewinnen, das weißt du besser als ich, das sind, glaube ich, 20 oder 30 Prozent gewesen. Das ist natürlich schon kräftig und das ist schon ein Thema an der Wall Street. Ja, die Magnificent sind sicherlich diejenigen, die sowohl auf der Gewinnseite, aber auch auf der Performance-Seite natürlich den Index getrieben haben. Das wahrscheinlich auch weiterhin tun werden, aber wie gesagt mit einem etwas schwächeren Ausmaß. Es kommt dann, wie so oft bei der Berichtssaison, natürlich auch wieder auf die Ausblicke der Unternehmen an. Wie gesagt, da könnte es jetzt ein bisschen schwächer werden, weil die Geldpolitik ja doch mit einer Zeitverzögerung erst wirkt. Die gute Nachricht ist, dass die FED dann die Möglichkeit hat, die Zinsen sicherlich zu senken. In Rekordgeschwindigkeit auf die 5,50 raufgegangen von Null und mittlerweile spekuliert der Markt eben aufgrund dieser etwas schlecheren Daten auch wieder mit zwei Zinsschritten bis zum Jahresende und dem ersten dann sogar im September. Lass uns nochmal kurz zu den glorreichen Sieben zurückgehen. Ist das schlimm, wenn die ein bisschen schlechter berichten oder ist das sowieso eingepreist, weil du ja auch gerade von den Erwartungen gesprochen hast? Naja, wie gesagt, es ist jetzt eingepreist und der Markt erwartet eine etwas schwächere Gewinnsituation, als wir das im ersten Quartal gehabt haben. Solange diese eingehalten wahrscheinlich sogar ein wenig übertroffen wird, dürfte nichts anbrennen. Ich befürchte nur, selbst wenn sie eingehalten werden, wird das nicht reichen, weil es ja immer dann diese Flüsterschätzungen gibt, die eben erwarten, dass die Erwartungen auch noch getroffen werden. Das ist eigentlich eine etwas merkwürdige Situation, aber so ist es nun mal an der Börse. Bisschen die Quadratur des Kreises. Und insofern wird sicherlich das Augenmerk wieder auf den Magnificent liegen und der Markt wird mit Argus-Augen gucken, wie sie denn berichten werden. Ich muss mal gerade gucken. Es wird eben erwartet, dass sie rund 30 Prozent zulegen. Sie haben mittlerweile ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34, eine Performance year to date von knapp wieder 50 Prozent. Also das sind natürlich auch schon, sagen wir mal, Kursentwicklungen, Bewertungen, die hier vorweggenommen werden aufgrund dieses riesigen Wachstums, die dann auch erfüllt werden müssen, damit es eben weitergeht. Und ein letzter Satz, du hattest ja schon gesagt oder auf die Gewichtung hingewiesen, das ist eben auch dann das Thema für den Index. Die drei großen Microsoft, Apple und Nvidia bringen mittlerweile über 10 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung auf die Straße. Wenn die enttäuschen sollten oder eben wie gesagt nur die Erwartungen erfüllen, dann könnte es schon sein, dass auch im Index insgesamt es dann ein bisschen schwächer wird und wir mehr Volatilität sehen. Du hast gerade ja die hohen Bewertungen auch angesprochen. Das gilt natürlich auf jeden Fall für diese glorreichen Sieben, aber auch der Gesamtmarkt ist ja verglichen mit dem europäischen Aktienmarkt höher bewertet. Ist das ein Problem oder ist das gerechtfertigt mit Blick auf die Unternehmensgewinne, auf die Zahlen, die wir in den vergangenen Monaten gesehen haben? Also kommen die nach, die Gewinne? Es ist ja häufig so, dass die Aktienkurse erstmal vorweglaufen, an der Börse wird die Zukunft gehandelt und dann erst geliefert werden muss in der Realwirtschaft. Ich hatte ja schon gesagt, dass in diesem Quartal, also im dritten jetzt mit dem Bericht für das zweite Quartal gut 10 Prozent erwartet werden hier vom Konsensus. Im dritten Quartal sollte es dann ein bisschen schwächer werden. Das ist saisonbedingt dann auf 8,4 im Moment bei den Schätzungen und von da aus in den Folgequartalen aber durchaus wieder ansteigend und um die 15 Prozent. Also man sieht hier, dass die Analysten doch recht gut gestimmt sind, dass die Unternehmen ihre Kosten im Griff haben, die Margen entsprechend ausweiten können und auch eine etwas schwächere US-Wirtschaft dem offensichtlich keine Abhilfe bringt. Das muss dann allerdings, wie wir gesagt haben, auch erfüllt werden, denn es gibt immer einen Grund, warum Unternehmen hoch bewertet sind, aber dann müssen sie eben auch die Gewinne entsprechend liefern. Apropos etwas schwächere Wirtschaft, du hast vorhin schon den US-Arbeitsmarktbericht angesprochen. Es gibt noch mehr Konjunkturdaten und das große Thema ist und bleibt an den Märkten die Geldpolitik, auch wenn jetzt die Zahlen reinpurzeln, aber das spielt ja auch alles ineinander. Wir gucken immer so oft auf die Aktienmärkte, spannend ist aber auch immer der Blick auf die Anleihemärkte. Wie sah es denn da zuletzt aus? Ja, Jessica, die Rentenmärkte sind relativ stabil, zumindest dann, wenn man sich nicht stündlich oder minütlich sozusagen die Kurse anguckt. Da hat man natürlich entsprechende Volatilitäten drin, immer mit den neuen Wirtschaftsdaten. Wenn man das aber so auf einer Wochenbasis macht, dann sind wir doch relativ stabil. Nicht sehr überraschenderweise gehen aber die Renditen ein Stück weit zurück, weil eben mittlerweile dann doch wieder zwei Zinssenkungen in den USA eingepreist worden sind. Also wir liegen im Moment bei den Zweijährigen bei 4,6 Prozent, bei den Zehnjährigen bei 4,3 Prozent. Das ist immer noch eine Inversion der Zinsstrukturkurve von 30 Basispunkten, aber sie hat sich also schon deutlich relativiert im Vergleich zur Vergangenheit. Gutes Stichwort, inverse Zinsstrukturkurve. Da gab es ja gerade den zweiten Jahrestag, seitdem das so ist, dass eben die Zehnjährigen weniger bringen als die Zweijährigen. Normalerweise ist das andersrum. Warum ist das so besonders und man sagt ja eigentlich, es ist ein Hinweis auf eine drohende Rezession, die seit zwei Jahren ausbleibt. Da gibt es Untersuchungen der amerikanischen Notenbank von Arturo Estrella und Michael Woodford zu, wenn eben diese Zinsstruktur inverse wird. Das heißt, wenn die Renditen am kurzen Ende in den zweijährigen US-Treasuries höher notieren als im langen Ende, dann hat offensichtlich die Notenbank die Zinsen heraufgenommen und dann sollte ja sich dieser Zinsanstieg dann auch irgendwann auf die Kreditvergabe, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und damit die Konjunktur auswirken. So die Theorie. Man hat herausgefunden, dass eine solche Inversion eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung ist für Rezessionen. Nichtsdestotrotz hat es im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte, zwölf Monate nach der Inversion, eine Rezession gegeben. Diesmal ist sie tatsächlich ausgeblieben, zumindest bislang. Wir rechnen auch damit, dass sie in den nächsten Monaten ausbleiben wird. Zwar könnte es sein, dass die US-Wirtschaft etwas schwächer wächst als 2023, dass aber sie nach wie vor sehr robust ist. Ich meine, wir reden immer noch über Arbeitslosenraten von 4 Prozent. Wir reden weiterhin über Lohnsteigerungen und so weiter und so fort. Also die Nachfrageseite sollte schon recht robust bleiben. Und vor allen Dingen, die FED hat eben bei 5,5 Prozent Zins wieder die Möglichkeit, die Zinsen zu senken und damit dann auch die Wirtschaft ein Stück wieder anzukurbeln. Ein ganz großes Thema in den USA, nicht nur dort und auch an der Wall Street, ist natürlich auch die US-Präsidentschaftswahl. Ich habe da was ganz Spannendes gelernt, was mir vorher nicht ganz so bewusst war, nämlich, dass die Europäer anders denken als die Amerikaner. Die Amerikaner, die denken so weniger von der Politik her, mehr von der Wirtschaft. Heißt, es ist wichtiger, dass die Unternehmen sehr gute CEOs, überhaupt gute Vorstände haben. Die werden sich und ihre Unternehmen dann schon irgendwie entsprechend ausrichten, egal, wer im Weißen Haus regiert. Empfindest du das auch so, dass es am Ende nicht ganz so wichtig ist, auch wenn die Schlagzeilen gerade so riesig sind? Naja, wir haben natürlich in den USA insgesamt weniger Regulierung, weniger staatliche Eingriffe, als wir das typischerweise in Europa haben. Und das drückt sich offensichtlich in dieser Vermutung aus. Man darf aber nicht vergessen, dass die gute Wirtschaftsleistung in den USA in den vergangenen Jahren auch mit einem extrem hohen staatlichen Defizit zu tun gehabt hat. Wir reden über 5 bis 7 Prozent Defizit. Da wird kaum noch mehr drauf zu schütten sein. Insofern gibt es ja auch einige Analysten, und ich meine, wir hätten hier sogar schon mal darüber gesprochen, die sich erhoffen, dass es einen gemischten Präsidentenkongress gibt, also nicht eine Partei, beide Kammern im Kongress und auch noch den Präsidenten stellt. Denn das sind typischerweise die Zeiten, egal welche Partei regiert hat, wo das Defizit noch mehr aufgebläht wurde. Und bei einem Schuldenstand in den USA insgesamt von 125 Prozent, 35 Billionen, wäre das sicherlich kompliziert. Also insofern, man darf den Staat da nicht ganz rauslassen, vor allen Dingen auf der fiskalischen Seite. Aber was die Regulierung, was die Eingriffe in die Wirtschaft angeht, ist Amerika sicherlich zurückhaltender, als das typischerweise Europa, vor allen Dingen Kontinentaleuropa ist. Es werden auf jeden Fall noch spannende Wochen und Monate. Die Diskussionen sind ja hitzig, das wird uns und vor allen Dingen auch die Finanzmärkte in den nächsten Wochen und Monaten sicher beschäftigen. Schauen wir noch mal kurz nach Europa. Hier wurde ja auch gewählt, und zwar in England und in Frankreich. Haben die Wahlergebnisse Auswirkungen an den Finanzmärkten gehabt? Ja, es gibt eine gewisse Erholung, was aber, glaube ich, einfach auf die Unsicherheit im Vorfeld zurückzuführen war. Ja, in Großbritannien hat es ja einen doch sehr deutlichen Sieg von Labour gegeben. Ich glaube, es ist der höchste Sieg seit 1832 oder so ähnlich. Also schon gewaltig, eine riesige Mehrheit, damit politische Stabilität. Ob es sehr viele fiskalische Spielräume gibt, da kann man allerdings ein Fragezeichen dran machen. Denn Großbritannien ist auch mit deutlich über 100 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt verschuldet. Und das Wachstum liegt so um die 1 Prozent in diesem Jahr etwas drunter. Im nächsten Jahr voraussichtlich etwas drüber. Also da wird es nicht zu viel Spielräume für die neue und erste, muss man ja sagen, Schatzkanzlerin Rachel Reeves geben, um hier neue Impulse zu setzen. Aber nochmal politische Stabilität und sicherlich die Möglichkeit, der Bank of England die Zinsen entsprechend zu senken. In Frankreich, ja, ist das Ergebnis doch entgegen vieler Umfragen und recht klar. Sofern ausgefallen, als dass Marine Le Pen und der RN nicht gewonnen haben, sondern sogar nur dritt platziert aus diesen Wahlen hervorgegangen sind. Die große Frage ist nun, weil niemand die absolute Mehrheit stellt, wie man denn Koalitionen hinbekommen kann. Da ist wahrscheinlich der erste Prüfstein der 18. Juli. An diesem 18. Juli soll nämlich der Parlamentspräsident der Nationalversammlung in Frankreich gewählt werden. Und um das zu tun, brauche ich also Mehrheiten. Also ich würde mal davon ausgehen, dass spätestens gestern Abend es angefangen hat, zu versuchen, Koalitionen in welcher Form auch immer darzustellen, um eine Mehrheit hier zu bekommen. Wenn das alles nicht gelingt, dann wird der bisherige Premierminister möglicherweise weitermachen, bis man nach der Sommerpause oder so eine Koalition und stabile Mehrheiten gebildet haben kann. Aber das ist alles noch sehr früh und sehr offen. Also da möchte ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster legen, als dass ich da irgendwelche Prognosen mache. Aber auch in Frankreich kann man sehen, dass die OATs, also die Staatsanleihen, dass der Euro, dass der Kacarant, dass es bei all diesen Finanzmärkten doch eine gewisse Beruhigung gegeben hat, nachdem man zuerst eben über Unsicherheiten gesprochen hatte. Apropos Unsicherheiten, die gibt es ja auch ein bisschen mit Blick auf die Geldpolitik in Europa. Jungs war jetzt wieder zu lesen, dass ein Notenbanker, ich glaube, es war der Chef der niederländischen Notenbank, keinen Anlass zu einer weiteren Zinssengung im Juli sieht. Ich glaube, der Meinung warst du auch die ganze Zeit schon. Du hast, glaube ich, beim letzten Mal auch in unserem Podcast gesagt, dass es vielleicht ein bisschen zu früh war und die EZB einfach in der Pflicht war, weil sie es mehr oder weniger versprochen und angekündigt hatte. Wann gibt es die nächste Zinssenkung in Europa? Ja, ich würde auch nicht glauben, dass es schon direkt im Juli weitergeht. Frau Lagarde hat ja mehrfach darauf hingewiesen, dass dieser erste Zinsschritt aus dem Juni nicht einen Automatismus auslöst. Sie hatte damals auch darauf hingewiesen, dass sie weitere Prognosen der Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank abwarten möchte. Die kommen dann im September. Und deswegen spekuliert der Markt doch stärker auf den September, dass es dort einen Zinsschritt geben wird. Und dann möglicherweise nochmal einen im Dezember. Also im Moment wieder ein Parallellauf. Das sieht man ganz nebenbei dann auch im Euro-Dollar. Ein Parallellauf der beiden Notenbanken FED und EZB. Jeweils ein Zinsschritt im September und einen im Dezember. Das ist zumindest das, was der Markt im Moment einpreist. Auch in Europa beginnt ja jetzt zeitnah die Berichtssaison. Wie immer leicht zeitverzögert. Was wird da erwartet? In Europa erwarten wir zumindest mal wieder steigende Gewinne. Das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Es sollen dann laut Konsensus-Analystenschätzungen 1,4 Prozent werden. Also nicht wirklich sehr viel. Aber nochmal, es ist wieder eine grüne Zahl, nachdem wir doch die Vorquartale immer rote hatten. Und insofern ein Hoffnungsschimmer, der dann aber auch laut Erwartungen in den nächsten Quartalen fortgeführt werden sollte. Wir haben ja schon über die Vereinigten Staaten gesprochen. Also auch in Europa sind dann zweistellige Gewinnwachstumszahlen für das dritte und vierte Quartal erwartet. Sodass wir hier eben auch, wenn es so eintritt, sicherlich eine entsprechende Erholung bei den Aktienkursen erwarten dürfen. Das klingt ja ziemlich gut. Aber die Phase, in der die Unternehmen ihre Zahlen präsentieren, die ist ja immer spannend. Und Kursschwankungen inklusive eigentlich immer. Wie soll ich mich denn da als Anlegerin jetzt positionieren? Wie soll ich damit umgehen? Ja gut, wir haben immer noch ein paar politische Themen natürlich. Der deutsche Haushalt 2025 ist soweit, wenn ich sagen, beschlossen, aber verabredet zwischen den Koalitionären. Es geht am 17.07. ins Kabinett und dann nach der Sommerpause in den Deutschen Bundestag. Da wird es sicherlich auch nochmal Veränderungen und Diskussionen geben. Wir müssen noch in Frankreich gucken, wie sich Koalitionen bilden und eine Regierung dann entstehen kann. In Großbritannien wohnt. Und wie die Schwerpunkte gesetzt werden können mit einem gewissen oder mit einem schwächeren Budget im Grunde genommen. Die Wirtschaft scheint sich zu erholen. Zuletzt wurden die Wachstumszahlen für Europa eher nach oben genommen. Die Inflation geht, wenn auch langsamer als erwartet, zurück. Also das ist natürlich insgesamt kein so schlechtes Umfeld für, wie sagt man so schön, Risky Assets, also vor allen Dingen Aktienmärkte. Es könnte sein, dass jetzt über den Sommer mal ein bisschen dünnerer Handel entsteht und dann auch mal volatilere Märkte, je nachdem, wie die Datenlage aussieht. Aber mit Blick auf, sagen wir mal, sechs bis zwölf Monate, wäre ich doch relativ optimistisch, was die Märkte angeht, weil das Umfeld nochmal eines ist, wo die Inflation zurückkommt, wo die Notenbanken im Zweifelsfalle, wenn die Konjunktur schwächer werden sollte, nachlegen können und eben entsprechenden Stimulus anbieten über niedrigere Zinsen. Das klingt gut und wir bleiben auf jeden Fall dran. Danke für diese Perspektiven to go. Sehr gerne, Jessica.